So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Pokemon Go, Max Out Monday, was auch immer. Ich war letztens in München mit Hannes und Iswo, beziehungsweise Hannes wohnt ja in München. Ich bin mit Iswo dann dort gewesen, wir haben uns da alle getroffen, hatten eine schöne Zeit zusammen, müsste man sagen. Und da ist eine Max Out Monday Folge am Montag entstanden, die war ganz besonders, denn ich habe gesagt, Hannes und Iswo bestimmen jeweils drei Pokemon, die ich maxen soll. Das war eigentlich relativ lustig, denn wir haben das vorher nicht abgesprochen. Hannes stand also da, hat mir ein Pokemon genannt, ich habe dann geguckt, ob ich das habe, ob ich das maxen kann auf 50. Ging nicht bei jedem, manche wären nur auf 40 gegangen, die habe ich dann weggelassen, denn ich wollte wirklich die Pokemon auf Level 50 pushen. Jetzt habe ich also geguckt, was kann ich auf 50 pushen, was der Hannes gerne hätte. Was kann ich auf 50 pushen, was der Iswo gerne hätte. Und habe mich da jetzt ein bisschen durchgefuchst und habe dann gedacht, das ist doch eigentlich eine feine Sache. Du kannst doch für die nächsten Folgen deine Community auch mit einbinden, dass ich euch dann immer frage, in den Kommentaren, dass ihr hinterlassen könnt, ein Pokemon, ein Vorschlag, was euer Lieblings-Pokémon ist, was ich gerne mal maxen soll oder halt, was euer Hass-Pokémon ist, was ich mal maxen soll. Vielleicht wollt ihr mich auch ärgern. Ich würde das Ganze dann natürlich immer nachschauen, ob ich ein 100%iges davon habe, ob ich genügend XL-Baumombs davon habe, ob es mir möglich ist, dieses Pokemon zu maxen. Hier hat MD wie Frost gerade noch ein Geschenk aufgemacht. Hätte er theoretisch warten können bis Mittwoch, bis zur Rage-Stunde, aber es sind jetzt nur super Freunde, ist eigentlich egal, Stufe 1, 2 macht, was er wollt. Hauptsache, da geht es mal weiter. Ich habe für die heutige Folge mir trotzdem noch ein paar Sachen selber rausgesucht. Gerade weil ja dieses Kraftwerk-Event ist, habe ich gedacht, überall sitzen Voltoballer und solche Sachen rum. Habe mir jetzt mal hier Push, habe ich mir 6 Pokémon. Ich habe ja gesagt, ich versuche immer 6 Pokémon zu maxen. Und wenn ein Legendäres dabei ist, zählt ein Legendäres wie 3 normale. Wenn ich also in einer Folge 2 Legendäre maxe, ist das fertig. Wenn ich ein Legendäres maxe, kann ich noch 3 normale. Ich gucke mal, wie weit ich hinkomme, weil 6 Stück pro Folge ist eigentlich trotzdem ziemlich viel. Wir haben hier ein paar Pokémon. Da haben wir schon mal ein Elevoltech auf jeden Fall gepusht. Ich möchte das hier jetzt aber auch pushen. Das möchte ich auch maxen, damit ich ein zweites habe für meine Sammlung. Ist auch ein 100%iges. Ist jetzt auch Level 50. Kommt auf 3481. Ist ein richtig krasser Elektroangreifer. Fußkick müsste ich vielleicht wegmachen. Da schauen wir mal hier, dass wir das verlernen lassen. Erstmal Donnerschock, Donnerschlag. Ich weiß nicht, ob der Stromstoß kann. Wäre auf jeden Fall sinnvoller. Nehmen wir jetzt hier dieses Magnetzone. Das werden wir auch noch fix pushen. Auch auf Level 50. Das ist mir wichtig. Früher war immer Level 40 das Maximum. Jetzt machen wir das einfach so. Hat jetzt hier Funkensprung und Lichtkanone. Blitzkanone. Komm, wir machen mal noch eine neue Ladeattacke drauf. Gerade bei den Blitzkanone. Lassen wir jetzt so. Haben wir hier also das zweite. Dann habe ich einen dicken Brocken für euch. Nämlich hier das Brokkoloss. Das habe ich auch gesehen. Dass ich das auf 50 pushen kann. Ist auch ein 100%iges. Das hängt die ganze Zeit da irgendwie drin rum. Das möchte ich auch komplett pushen. Auf 3650. Sieht auf jeden Fall auch stark aus. Katapult und Ramboss. Ob der noch eine zweite Gesteinsattacke hat. Können wir mal nachgucken. Steinhagel. Lassen wir mal Steinhagel drauf. Hier bei diesem Brokkoloss. Dann habe ich mir Unratütox. Sitzt ja überall rum. Hier ist ein Depony. Irgendwas. Ich habe den Namen nicht. Egal. Wir pushen das auf jeden Fall jetzt auch. Deponytas. Deponytox. Man muss ja eigentlich nur mal den Namen weg machen. Wenn du die so lange nicht deponytox. Ja das passt doch sogar. Jetzt schreibe ich einfach wieder push hin. Pupsi. Push. Deponytox. Mach mal auch mal. Zieh mal auch mal hoch. Auf 2651. Auch ein 100%iges. Auch jetzt im Event überall gespawnt. Und gibt auch reichlich Staub. Weil es eine erhöhte Rate hat. Also eine erhöhte Rate. Es wirft mehr Sternenstaub ab. Ich weiß nicht ob es jetzt 750 pro Unratütox gibt. Was ihr fangt. Aber es hat auf jeden Fall mehr. Da gab es mal eine Tabelle. Da standen alle möglichen Pokémon drin. für die es vermehrt Staub gibt. Der hat jetzt Plage, Säure, Speyer. Wir gucken mal ob wir noch eine zweite Giftattacke hier vorne hinkriegen. Wenn wir das wechseln. Bodycheck. Da machen wir mal Bodycheck weg. Wieder Plage. Im Endeffekt. Wer kann denn nur Plage und Bodycheck oder was? Ja, dann lassen wir lieber Plage drauf. Ist wahrscheinlich irgendwie sinnvoller. So, Plage Bodycheck. Ach, Plage Säure, Speyer meine ich. Dann haben wir unser... Pass auf. Hier. Wir haben unser... Äh... Lektroball. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt, weil... Ich wollte ja keinen Voltoball pushen. Ich wollte ja einen Lektroball pushen. Jetzt habe ich das Falsche markiert. Da gehen wir mal ganz kurz hier drauf. Haben da nämlich schon. Wir haben hier auch ein Krypto. Wir haben das. Wir haben das. Das ist irgendwie mit am höchsten. Und... Bevor ich das andere jetzt nehme und entwickle. Nehmen wir einfach das. Ziehen das hoch. Auf 2373. Weiß nicht, ob man damit was macht. Wahrscheinlich nicht. Machen hier auch gleich den Tag dran, dass wir wissen, dass das auf Level 50 ist. So. Passt. Gehen jetzt zurück zu unserem Push-Feld. Und bei diesem Push-Feld, da fällt der halt jetzt hier raus. Dann nehmen wir das Push weg. Der wird auf jeden Fall nicht gepusht. Der bleibt so. Habe ich mich vertan. Haben wir noch... Äh... Iguana. Und das ist ein Pokémon. Das hat ja der Isbo, glaube ich, gesagt. In der Max Out Monday-Folge, dass er gesagt hat, Push mal dieses Iguana oder wie das heißt. Konnte ich nicht, da ich noch nicht genügend XL Bonbons hatte. Jetzt habe ich genügend XL Bonbons. Jetzt hole ich das also nach. Ich habe es auch noch nicht entwickelt. Das heißt, ich werde es auch einfach mal entwickeln. Das ist auch ein neuer Pokédex-Eintrag für mich. 50 Bonbons für die Entwicklung. Ein Sonnenstein draufgeben. Dann haben wir das auch noch hier dabei. Auch mit 100%. Auf Level 50 gleich. Wird noch hochgezogen. Ich habe bei einigen Lesen, die gesagt haben, sie finden es schade, dass das nicht noch eine Entwicklung hat. Wie bei... Äh... Despo da. Dass man drei Stufen hat. Also es sollte aus diesem Teil nochmal was Größeres werden. Ist jetzt bei 2229. Ist jetzt nicht so krass. Kommt auf 2900. Das... Klingt eigentlich schon viel besser. Machen wir auch jetzt einfach. 2939. Kriegt also 710 dazu. Elektronormal. Hat jetzt Lehmschelle und... Parabolladung. 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 Egal. So. Da ist er jetzt. Sieht auf jeden Fall sehr in der... Sand aus. Das Push. Machen wir mal kurz weg. Packen den mal so hin. Ele zart. Machen einen Tag dran. Level 50. Zack. Hier ist er. Guckt den euch an, wie der aussieht. Habt ihr den auch schon entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem. Schreibt in die Kommentare. Was sind eure Lieblings Pokémon? Was würdet ihr gerne sehen, wenn das gepusht wird? Egal was es ist. Schreibt aber bitte nur einen Pokémon rein. Nicht, dass einer jetzt hier 50 Sachen aufzählt. Gebt einen Tipp ab. Es wird ja theoretisch immer jeden Montag eine Max Out Monday Folge geben. Ihr seht auch die Kommentare der anderen. Wenn da einer jetzt Pikachu geschrieben hat, dann schreibt halt nicht nochmal Pikachu hin. Ich gucke mir ja eh jeden Kommentar an. Und immer am Montag, bevor ich dann Maxe, gehe ich die durch. Und werde sicherlich die, die es geschafft haben, auch zeigen und erwähnen, dass der Vorschlag von demjenigen kam. Also gucken wir mal, wie das läuft. Und ob das jetzt Anklang findet. Ich Maxe ja eh mal am Montag da ein bisschen was. Und wenn ich euch jetzt noch mit einbinden kann, ist das vielleicht sogar noch eine bessere Sache. Günstig ist natürlich, wenn gerade ein Event läuft, dass es eventbezogen ist. Ihr könnt aber auch unabhängig von einem Event Vorschläge machen. Also schreibt es in die Kommentare. Was wollt ihr sehen? Was kann man Maxen? Mal gucken, wer aufgepasst hat und weiß, was ich schon alles gemaxed habe. An den Rest schreibt einfach rein. Ihr werdet ja sehen, ob es passt oder nicht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Heute Abend wieder Chill mit Ramses ab 20 Uhr. Letzte Woche gab es das ja nicht, weil ich noch in München war. Wir haben also einiges zum Nachholen. Einiges, was wir noch gucken müssen. Aber ich hoffe, ihr schaltet wieder fleißig ein. Wir haben eine gute Zeit heute Abend. Bier steht schon kalt. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.